halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu the walking dead the final season episode 4 wir sind gerade in einer höhle wir haben uns mächtig mit james an in der küppe und ja hat es gefallen zu töten ich finde meinen eigenen weg wenn du mal wieder hilfe brauchst frag jemand anderen ok danke klem was denn er versteht es nicht nicht so wie wir nicht so wie ich ich helfe ich weiß welche leute böse sind ich werde nie schießen nur weil ich es mag nur damit unsere freunde sicher sind bitte glaubt mir ich weiß ganz genau war das richtig ist ach schwierige entscheidung weiß er ist weiß er ist nicht was er kommt das macht mir angst aber du hast dinge gesehen und getan die ein junge in deinem alter nicht tun sollte du hast dir mein vertrauen verdient ich glaube dir wenn du sagst das töten wird dir nie gefallen ich sag doch da wo der wind her kommt ja da geht's raus er hat seine maske abgelegt ein momento ich meine aj hat sich dass er auf eine art auch verdient er hätte ja schließlich auf dem schiff das metter der lily einfach in den kopf rahmen können stattdessen hat er ihr bein genommen also er hat schon den unterschied gemacht finde ich jetzt bei dem so krass müde tut mir leid dass ich so oft gähne ach wie praktisch sie hat so einen gesichtsausdruck gemacht so nach dem motto als wenn sie das auch dachte gerade in dem moment sie haben sein vertrauen in sich selbst gestärkt auf das rein wenn es dort zur küste geht geht es wohl dort zur schule bewegte eurem popo ach sie ihm war der dritte der tag nachdem aj marlin getötet hatte ihr wisst ihr weilet und ich haben für euch gestimmt ach sie ihm stimme war die dritte das heißt oma gegen uns gestimmt und ruby auch ja wie kommst du darauf ach sie meinte ihr wisst wie man überlebt er wusste die schule würde mit euch sicherer sein ich habe für euch gestimmt weil ich euch mochte aber sein grund war besser ich ich dachte nur das solltest du wissen ach siem hatte recht wir waren sicherer wir hatten am anfang mehr angst als wir zugeben wollten es ist echt lieb dass du das sagst denn danke schon gut ich muss nur daran denken weil die gefahr vorbei ist wir jetzt zurückgehen ich mag es siem wenn marlin noch das sagen hätte würden wir alle verschleppt werden oder wir wären tot stattdessen haben wir uns gewehrt ihr habt uns gezeigt wie marlin waren wir nicht sicher sogar in der sicherheitszone haben wir uns nur versteckt die hat sich an wie ein tier ne doch nicht violet Ihr habt es geschafft. Ihr lebt alle noch. Ich wollte nicht glauben, dass du wirklich tot bist. Ich musste dich finden. Du hast mich gefunden. Sind die anderen alle entkommen? Ja, sie sind alle in Ordnung. Sie sind mit dem Wagen zurück zur Schule. Wir sind sicher, Clem. Jetzt müssen wir nur den Heimweg finden. Hast du eine Ahnung, wo wir lang müssen? Ich kenne eine alte Brücke in der Nähe. Wenn wir da rüberkommen, ist es nicht mehr weit zur Schule. Kann jetzt auch nur meine Einbildung sein, aber irgendwas... Kann man Violet vertrauen? Während wir nach euch gesucht haben und ich... Ich dachte schon, ihr wärt tot. Oh, verdammt. Ich hab versucht, mir vorzustellen, was ich ohne dich nur machen würde. Und da merkte ich, wie dumm ich war. Wegen Minnie. Mehr als ein Jahr lang. Ja? Ich war so darauf fixiert, dass ich sie und Sophie verlieren könnte. Dass ich alle um mich herum verprellt habe. Marlon, Brody, Louis, selbst dich und AJ. Ich wollte, dass ihr mir alle egal seid. Ich weiß, was du meinst. Wenn so viele Leute gestorben sind, ist es einfacher, niemanden an sich heranzulassen. Irgendwann fragst du dich, warum du überhaupt um dein Leben kämpfst. Das frage ich mich nicht mehr. Na doch, man kann ihr vertrauen. Sie wirkte gerade am Anfang ein bisschen eigenartig. Ich erinnere mich daran, wie Marlon beschrieb, zu was wir Ericsson machen wollten. So hatte sich das keiner vorgestellt. Wie hast du es dir vorgestellt? Konnte ich nicht. Ich habe nur auf Marlon gehört, dass es unser Zuhause werden würde. Ein echtes Zuhause. Aber ich verstand es nicht so wirklich. Meine Familie lebte in einem Wohnwagen. Was ist mit dir? Wo hast du gelebt? In einem Haus mit meinen Eltern. Mit Zaun drum und einem großen Garten. Was hat dir am besten an dem Haus gefallen? Ich hatte ein Baumhaus im Garten. Dort habe ich immer stundenlang gespielt mit meinem Walkie-Talkie. Ich stellte mir vor, ich wäre Kapitän auf meinem Piratenschiff. Oder es war ein Iglu und ich war Jägerin. Oder ein Schloss und ich war die Prinzessin. Echt? So richtig mit Kleid und Krone? Ja, aber auch ein Schwert. Eine Kriegerprinzessin. Ja, na klar. Nur wegen dem Baumhaus lebe ich noch. Dort versteckte ich mich, als das anfing. Na, da können wir uns noch dran erinnern. Ach komm. Eriksen kann immer noch das Zuhause sein, das uns Marlon versprochen hat. Wenn wir zurück sind, bauen wir es wieder auf. Hm. Das wird verdammt viel Arbeit. Aber du hast recht. Ich glaube, es ist die Mühe wert. Wir könnten sogar ein Baumhaus bauen. Wir haben schon einen Glockenturm. Okay, wir bauen einen Glockenturm. Perfekt. Nachdem all das passiert ist, glaube ich nicht mehr daran. Ich meine, wir haben doch darum gekämpft. Es verteidigt. Wir sollten uns heimisch fühlen. Aber es geht einfach nicht. Weißt du, wo das Problem liegt? Dieser dämliche Name. Eriksen. Willst du den Namen ändern? Ja. Scheiße auf den Vogel. Es sollte einen coolen Namen haben. Bedrohlich. Aber nicht gruselig. Etwas, bei dem Arschlöcher sagen. Da gehe ich nicht hin. Aber auch nichts wie blutendes Mördermesserhaus. Du entscheidest. Es war deine Idee. Texas. Wir nennen es Texas. Du kannst es nicht einfach Texas nennen. Na gut. Texas 2. Ich will beim Wiederaufbau der Schule helfen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die müssen das ja noch irgendwie zu Ende bringen. Ich hasse solche Brücken. Mit so einer Überdachung. Ich weiß nicht. Ich mag die nicht. Bei Red Dead Redemption 2 gibt es diese Brücken auch. Da haben sie mir immer versucht, mein Pferd zu klauen. Und auch in echt mag ich sie nicht. Und auch in echt. Und auch in echt. Ich weiß nicht. papi. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich nicht... Doch, jetzt. Ah, das sollte man aber schaffen. Naja. Oh, das ist creepy. Oh mein Gott, das ist so creepy. Mini? Oh nee. Gut, dass ich nicht gelogen habe. Nein, geh nicht. Du stirbst? Mhm, genau. Ja, ja, das werde ich. Endlich kann ich an einen besseren Ort. Ich will, dass du bei mir bist. Da, da wo alle wieder Menschen sein dürfen? Dann werden wir bei Mutti, Fatih und Sophie sein. Ten, bitte mach keine Dummheiten. Fall nicht drauf rein. Aber ich... Da geht es bloß nicht, mit ihm zu reden. Keiner von euch! Mini ist der Endgegner. Mini! Bitte hör auf! Fackel! Er muss bei seiner Familie sein! Du das nicht! Keine Wange, Ten. Sie wird mich nicht aufhalten! Und ja... Verlasse diese Welt nicht ohne dich! Miki hat es echt auf uns sehen. Die Nacht ist bald vorbei. Ich helfe den Jungs über den Spalt. Pass auf die Weiße auf! Ach, toll. Nur weil ich den Bogen habe. Ja, super. Oh, was ist der los? Tot. Das war so peinlich. Ich helfe den Jungs über den Spalt. Pass auf die Weiße auf! Ja, geht klar. Ich bin gerade hoch. Und in dem Moment... Ich helfe den Jungs über den Spalt. Pass auf die Weiße auf! Ja. Ich helfe den Spalt. mein gott ich wollte mich doch ich muss zählen ja 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 A.J. ist drüben, aber Ten will nicht springen. Oh ne, die blöde Kuh. Danke. Toll, mein Bogen. Du bist nicht deine Familie. Du bist nur ein Hindernis für mich. Die hab ich voll angespuckt, diese Sau. Das ist doch scheiße. Oh fuck, oh ne, das muss genäht werden. Nicht schon wieder. Geh weg. Nein, lass es. Nein, nein, nein. Geh weg. Ich hole dich. Geh weg. Du kannst entscheiden. Nein, nein, nein. Violin, bitte, bitte. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Es geht nicht. Komm mit mir. Nein, was zur Hölle? Wie konntest du das tun? Ich musste. Hätte ich's nicht gemacht, gibt's kein Texas 2. Ich hab's für dich getan. Für mich? Ich? Ja. Den ist tot. Der süße kleine Junge, der das Malen liebte. Wegen dir ist der tot. AJ hat dein Leben gerettet, weil... Hätte er nicht geschossen, wärst du tot. Findest du das okay? Einen von uns einfach zu erschießen? Ich wollte sie nicht töten. Er war mein erster echter Freund. Aber er machte wieder Fehler. Wie damals, als Mitch wegen ihm starb. Ich musste entscheiden. Klimmert's mir erlaubt. Also hab ich... ...es gemacht. Mach's gut, Ted. Leute. Wir müssen los. Die Monster locken uns in die Vollen. Ich weiß. Toll, und mein Bein ist im Arsch. Ich kletterere zuerst und fange euch dann. Dann habe ich das Gefühl, dass sie das nicht tun wird. Die werden alle sterben. Ich kletterere zuerst und fangen euch an. Wir treten uns an der Schule. Aber... Wir schaffen es. No! Klimm! Wir können mit Kletter. Gute Idee. Was ist das? Klimm! Ich hab dich! Hey, ich bin direkt hinter dir! Nein! Nein Oh mein Gott, das ist nicht wahr, ich höre gleich Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Nein Oh Gott, mir ist übel Weil der verfickte Schuh kaputt ist Ich breche ab Oh mein Gott Das ist doch kack Komm, wir können hier nicht bleiben Immer weiter voran Immer weiter voran Immer weiter voran Immer Immer weiter voran Immer weiter voran Immer weiter voran Das macht mich fertig Das macht mich fertig Kann mal einer was sagen? Ich hab dich lieb Vergiss das ja nicht Das macht mich nicht Ja Ich hab dich lieb Ich hab dich lieb Das macht mich nicht Ich hab dich lieb Sie ist jetzt leer. Da drin sind wir sicher. Lauf! Jetzt! Los! AJ, lau! Ich bin direkt hinter dir. Oh, Clementine. Ich kann ihn! Nicht schneller. Ich drücke. Wir brauchen noch, dass wir das zwischenstecken können. Ich bin jetzt hier. Ah! Was ist das? Sie müssen die Türen schließen, bevor sie durchbrechen! Sie kann nicht mehr, ey, mein Gott! Ich spüle nicht mehr. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist gerade so abgefuckt hart, ey. Ich muss Schluss machen, Leute. Leider. Ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt noch geht. Ich glaube, die wird nicht lange gehen. Auf jeden Fall. Na ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ho nein. Oh nein. Vielen Dank.